Februartage, man sieht ins weite Land hinein, wo noch alles verschneit ist. Ich bin hier vor Alpengebiet, hier noch im Tal, hier herunter und da oben. Und überall liegt noch Schnee. Und jetzt war die Wetterlage wunderbar, heute ist es schon wieder ganz anders. Ja, ein altes Auto, bleibt noch übrig, alte Geräte, eine alte Hüte da, was zusammengefallen ist. Es bleibt alles übrig und alles ist eingezäunt von der Behörde. Und das ist einfach die Erinnerung an die Strohmeiers, an das große Bauernhaus von Enst, wo der Opa 105 Jahre alt wurde. Aber die Zeit ist vorbei und vergangen. Verlassen und alleine steht das Haus jetzt da. Eine alte Hütte noch dazu, die hat auch bald ihre Ruhe. Wohnwagen ist auch verlassen. Früher war eine Luxusangelegenheit, aber jetzt ist das auch alles vorbei. Ja, das ist der Rest noch hier. Recht viel ist nicht mehr übrig geblieben. Alles verfällt und es wird bald abgerissen werden. Noch die alte Hütte da, geht auch zu Ende dieses Jahr. Ich fragte da noch was, Chef. Ich fragte da noch was, Chef.